Hey, ich wünsche dir einen schönen guten Morgen. Heute war eigentlich was anderes geplant, eine Fahrradtour, eine kleine, aber da draußen es regnet im Moment, kriegst du jetzt dieses Video um die Ohren gehauen. Wie du schon gesehen hast, am Titel geht es um meinen ersten Umsatz von 30.000 Euro im Internet und ich würde dir gerne erzählen, wie das Ganze funktioniert. Wenn du mich nicht kennst und noch nicht gesehen hast, ich bin der Damian, auf Instagram unterwegs als Geldhüpfer mit UE, so kannst du mich da finden. Da poste ich ziemlich viel rum und zeige, wie das Ganze funktioniert mit den Geldeinnahmen aus dem Internet. Ich habe angefangen vor ungefähr fünf Jahren damit mit der ganzen Geschichte. Es sollte eigentlich nur was Kleines werden für zwischendurch, weil ich ein bisschen Langeweile hatte. Mittlerweile hat sich da schon einiges draus entwickelt und die Provisionen todeln jetzt ständig eigentlich ein, ob du auf dem Sofa bist oder ob ich auf dem Spielplatz bin, immer unterwegs. Mittlerweile mache ich da nicht mehr viel, deshalb habe ich auch Zeit für diese Videos, um die zu drehen. Und am Anfang habe ich mich sehr schwergetan mit der ganzen Geschichte, wie für jeden Anfänger. Das Problem ist, man ist überwältigt von den ganzen Geschichten. Es sind so viele Leute, die viel erzählen und ihre Sachen verkaufen wollen. Ich habe am Anfang angefangen mit Digistore, wenn ihr was sagt. Das ist eine Plattform, wo man Sachen Werbung für macht, postet und dann Geld dafür bekommt, wenn man verkauft. Damit habe ich angefangen und am Anfang war es wirklich schwierig. Ich habe sehr viel Geld ausgegeben für Werbung. Ich habe bei Instagram Werbung gemacht, ich habe bei Facebook Ads Werbung gemacht, ich habe bei Google sogar Werbung geschaltet, habe mir die Produkte von den Leuten ausgesucht von Digistore und dafür Werbung gemacht, sogar nach Anleitung. Und ob du es glaubst oder nicht, diese Werbung hat mir keinen Cent Geld gebracht. Also es wurde nichts verkauft, ich habe nur Geld ausgegeben am Anfang. Das war ziemlich frustrierend. Ich habe am Anfang auch sehr viel Geld für Programme ausgegeben, für Autoposter, die automatisch bei Facebook in die Gruppen posten. Das hatte auch keinen großen Erfolg, weil meine Accounts ständig gesperrt worden sind, weil Facebook erkennt, dass man nicht selber postet und automatisch postet. Also diese Ausgaben waren auch komplett nutzlos. Und dann habe ich meine Strategie geändert. Mittlerweile arbeite ich mit Tools, die wirklich kostenlos sind, die jeder bedienen kann und das ist wirklich genial. Und damit habe ich auch die ersten 30.000 Umsatz gemacht im Internet und das Ganze läuft passiv. Also du musst am Anfang auf jeden Fall Arbeit einstecken. Das stimmt, man muss auch Zeit reinstecken. Aber im Endeffekt lohnt es sich sehr, weil du dann später praktisch ständig irgendwie ein Catchings hast und Sachen verkauft werden, vollautomatisch. Und das Zauberwort ist hier eine E-Mail-Liste und ein Newsletter-Dienst. Und mittlerweile fragen mich viele Leute, wie machst du das, wie funktioniert das? Und ich bin dafür bekannt, dass ich Tools, wie gesagt, nutze und Programme, die kostenlos sind. Und das ist das Geniale für Anfänger auch, wenn man anfängt, wenn man kein Geld investieren will, kann man diese Programme nutzen, kostenlos austesten. Und selbst nach 5 Jahren nutze ich diese Programme, weil sie wunderbar laufen. Und weil mich halt viele Leute fragen, wie funktioniert das, wie machst du das? Es gibt einige Posts von mir auf Facebook und Instagram, wo ich das ein bisschen erkläre, aber das ist halt alles ein bisschen auseinandergeschmissen. Um jetzt euch ein bisschen Mehrwert zu geben, habe ich mich hingesetzt und Videos gedreht. Das heißt, ein Videokurs, wie ich das Ganze jetzt persönlich mache. Und das ist für euch Vorteil, weil ihr euch mindestens zwei, drei Jahre spart. Dann ausprobieren, Geld ausgeben sinnlos, wenn ihr euch diesen Videokurs anschaut. Also dort habe ich gezeigt, das sind sechs Lektionen und ich stelle euch Digistop vor und meinen Anbieter für Newsletter und Landingpages. Wie gesagt, die ist komplett kostenlos alles, man muss nichts investieren. Und das ist das Geniale. Und seitdem ich diese Tools nutze, ist es abgegangen wie eine Rakete. Also es ist wirklich genial. Und es wird immer mehr und immer mehr und im Endeffekt mache ich immer weniger. Und das ist das Schöne am passiven Einkommen, dass man, wie gesagt, am Anfang Arbeits- und Zeit reinsteckt, das alles erstellt, aber später das vollautomatisiert läuft und dir ständig Einnahmen generiert. Und in diesem Videokurs zeige ich dir genau, wie man das Ganze einstellt, welche Software das ist, wie du sie bedienst, wie du dein Newsletter aufbaust, wie du Leute reinbekommst in deinen Newsletter, wie du Newsletter erstellst, weil du erstellst sie nur einmal. Ich habe bei mir zum Beispiel momentan, glaube ich, um die drei oder vierhundert Newsletter erstellt, die jede Woche einmal rausgehen und die verkaufen automatisch. Und das ist wirklich genial. Du kannst mit den Tools auch Landingpages bauen. Das sind Seiten, wo du deine Produkte anbieten kannst, kostenlos. Du brauchst also keine Homepage, du brauchst keinen Blog. Das war auch der erste Fehler am Anfang. Ich habe einen Blog erstellt, der ist immer noch da. Und das war ein Riesenaufwand. Das hat wirklich Monate gedauert, bis das Ding stand. Und im Endeffekt hat es sich nicht wirklich gelohnt, diese Arbeit. Und das wollte ich dir auch nochmal mitgeben. Also wie gesagt, dieser Blog, den ich erstellt habe, war ein Riesenaufwand. Hat Monate gedauert. Ich habe Nächte dran gesessen und gearbeitet. Aber im Endeffekt hat es keine Einnahmen gemacht. Erst als ich meine Strategie geändert habe und mit den Newslettern angefangen habe, meine Landingpages zu bauen, was auch mit der Software wirklich einfach ist. Ich erkläre dir das innerhalb von einer Stunde. Die 30.000 Euro Umsatz kann jeder schaffen. Es ist, wie gesagt, kinderleicht im Endeffekt, wenn man die Anleitung hat. Das kann jeder machen. Das kann man zwischendurch machen. Und dafür habe ich dir diesen Videokurs erstellt. Den Link für den Videokurs findest du unten in der Beschreibung. Wie gesagt, mich findest du auch bei Facebook oder bei Instagram. Ich lege dir auch die Links in die Kommentare, unten beziehungsweise in die Beschreibung. Dann kannst du mich finden. Und dort poste ich auch immer meine Verkäufe, wie ich es mache, wie es bei mir funktioniert. Aber wie gesagt, der Videokurs, der bringt dir eine Stunde bei, wie du das Ganze machen kannst, automatisiert. Und wie gesagt, kostenlos. Man muss für diese Tools, die ich dir vorstelle, gar nichts bezahlen. Das ist wirklich genial, wie gesagt, gerade für Anfänger. Und so würde ich auch heute starten. Also ich würde keinen Blog mehr aufbauen. Ich würde mir die Arbeit nicht mehr machen, weil das war wirklich... Die Erfahrung war zwar ganz nett, man hat viel gelernt, aber es hat im Endeffekt kein Geld gebracht. Was ich machen würde, wenn ich jetzt anfangen würde, im Internet Geld verdienen zu wollen oder Geld zu verdienen, ist, wie gesagt, diese Tools nutzen, die ich dir vorstelle. Du bezahlst dafür nichts und das ist extrem effektiv, weil es automatisch läuft. Wie gesagt, am Anfang hast du ein bisschen Arbeit. Das stimmt schon. Man muss das einstellen, man muss sich da anmelden. Aber du kannst nichts verlieren, du kannst nur gewinnen. Und wie gesagt, es macht wirklich Spaß, wenn du irgendwo auf dem Sofa liegst und dann plötzlich Provisionen eintrudeln, obwohl du, wie gesagt, wie gestern, lachte ich auf dem Sofa, habe Netflix geguckt, mein Newsletter ging raus für jeden Sonntag und plötzlich kommen die Provisionen rein und du bekommst Geld für nichts tun. Und das ist wirklich genial. Ich würde es auf jeden Fall ausprobieren. Wie gesagt, die Links sind unten. Ich würde mich freuen, wenn du mein Video likest, wenn du mir ein Like gibst, auch einen Kommentar schreibst. Wenn du Fragen hast, kannst du mich gerne auch über Instagram, wie gesagt, unter Geldhüpfer mit UE finden. Da kannst du mir aufschreiben. Ich helfe dir gerne, wenn es irgendwelche Problemchen gibt oder Startschwierigkeiten. So, jetzt für mich bin ich fertig. Jetzt werde ich wahrscheinlich doch noch Fahrrad fahren gehen, weil es jetzt mit dem Video relativ schnell ging. Eigentlich dachte ich mir, wenn wir Video oder Fahrrad fahren, jetzt wird es beides. Auf jeden Fall wünsche ich dir viel Erfolg. Ich würde mich super freuen, wenn du die ersten Provisionen mit meinem Videokurs generierst und wenn du mir auch schreibst. Also ich würde mich riesig für Feedback freuen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, viel Erfolg und fette Einnahmen mit meinem Videokurs. Mach's gut. Ciao.